Neben Apple-zertifizierten Display- und Akku-Reparaturen haben wir von Rescue uns auf Datenrettungen mit 100% Erfolgsquote spezialisiert. Dank mehr als 15 Jahren Berufserfahrung stellen komplexe Logicboard-Reparaturen und Datenrettungen nach Wasserschäden für uns kein Problem dar und sind Werkstattalltag. Solltest du nicht genau wissen, was für ein Problem dein Smartphone hat, dann kannst du es gerne über unsere Webseite und den Punkt Auftrag erfassen, kostenfrei zu uns einsenden. Wir stellen als erstes die Fehlerursache fest und besprechen die Beschädigung und die Reparatur dann ausführlich mit dir. 100% Garantie, dass alle deine wichtigen Daten auf dem Smartphone vorhanden bleiben. Wir löschen nichts im Reparaturprozess. 90% unserer Reparaturen werden taggleich erledigt und gehen dann mit unserem Logistikpartner UPS wieder auf die Reise. In der Regel haben wir eine Zustellung des reparierten Produktes innerhalb 24 Stunden. Um Vertrauen zu unseren Kunden zu schaffen, betreiben wir seit mehr als 8 Jahren einen YouTube-Kanal mit mehr als 45.000 Abonnenten. Hier zeigen wir komplexe Logicboard-Reparaturen und Datenrettungen, aber auch Standard-Reparaturen, um unserem Kunden zu zeigen, was wir in der Lage sind zu tun. Du hast doch noch offene Fragen? Dann melde dich gerne jederzeit bei uns und wir helfen dir weiter.